Guten Tag, hier ist Micky Krause und ich komme wieder zu euch nach Hagen ins Kapitol und zwar am 13. April, Samstag, 13. April. Danach geht es dann schön in die Osterferien. Also vorher noch mal richtig abfeiern am 13. April Kapitol in Hagen und wir feiern eine ordentliche Mallorca Party und ich bringe meinen neuen Hit mit, der da heißt Eine Woche wach. Bis dahin durchfeiern und Prost! Papa, ha ha!